Hi, ich bin der Maximilian Langhans. Ich bin 25 Jahre alt und treibe neben meinem Studium noch Radsport. Ich bin vorher elf Jahre Motocross gefahren und bin dadurch dann irgendwann zum Radsport gelangt. Ich bin letztes Jahr in zwei Rundfahrten gefahren, das war ganz was Neues für mich. Es war zum einen mal in Tschechien gewesen, da waren es nur drei Etappen. Ich höre jetzt alles anders. Dann war es die Urte-Rundfahrt gewesen, also in der Elite-Klasse. Es waren dann fünf Etappen, das war wirklich eigentlich eine harte Woche gewesen und dann eigentlich so richtig gezündet hat es erst danach das Rennen in Sebnitz. Das Bundesliga-Rennen, das wusste ich, das hatte ich auch schon länger im Hinterkopf, aber man überlegt dann immer so ein und irgendwann dachte ich mir, ja gut, was hast du jetzt zu verlieren? Aber wenn man sich da so nach der Hälfte dann mal umgedreht hat und hat gesehen, wie viele da schon raus waren und schon an der Seite standen, das war schon cool. Das war jetzt kein Sieg oder irgendwas gewesen, aber das war so das, wo ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, das, was du dir jetzt so in einem dreiviertel Jahr jetzt so erarbeitet hast. Dafür haben jetzt manche vielleicht fünf, sechs Jahre der Zug gebraucht und das war eigentlich auch so ein Zeichen, dass das, denke ich mal, jetzt noch nicht alles war. Ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Typ, der jetzt sagt, ich möchte jetzt das und das gewinnen, weil ich glaube, das ist auch die falsche Einstellung, weil dann funktioniert es nicht. Obwohl die vier Hüppeltort möchte ich schon gerne noch gewinnen. Das ist irgendwie so ein Prestige im Erzgebäude.